Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Kommt zu Microsoft. Aktuelle Marktkapitalisierung 3,18 Billionen US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 13. Ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 36. Bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 28. Einer erwarteten Dividendenrendite von ca. 0,7%. Bei einer Shortquote von ca. 0,8%. Microsoft schauen wir uns hier in etwa im Einjahreschart dann im Prinzip mit dem Breakout über die 380 bis 390 US-Dollar. Denn dieses Level haben wir jetzt mehrfach als Support getestet. Das erste Mal im April diesen Jahres, das zweite Mal dann im August. Und seitdem baut Microsoft hier sehr schön steigende Tiefs aus. Sie hinkt jetzt hier dem S&P doch deutlich hinterher. S&P im Bereich der Allzeithochs. Microsoft deutlich tiefer. Aber wir haben auch zuletzt im Big Tech Update darüber gesprochen, dass die Struktur hier durchaus noch bullish ist und vor allen Dingen über den 415 interessant ist und vor allen Dingen über den 420 bullish ist. Und deswegen gibt es jetzt hier auch bei Microsoft ein Update. Wir sind jetzt aktuell bei 427 US-Dollar. Wir sehen hier die 425 US-Dollar und die können wir auch beliebig hier nach links verlängern. In diesem Bereich das ist hier ein wahnsinnig wichtiges Widerstandslevel. Und es ist vor allen Dingen, wenn wir hier noch im Rahmen von unserer Harmonic unterwegs sind, dann ist das hier das B, C. Dann hatten wir den Breakout, der zum Fakeout wurde. Aber dann sind wir jetzt wieder über dem Scheitelpunkt. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Aktie sich jetzt hier wieder mit diesem Breakout über die 425 in die Ausgangsposition gebracht hat, auch für die 450 bis 459 US-Dollar. Aber man muss auch dazu sagen, wir sehen hier natürlich dieses höhere Hoch, was wir zuletzt hatten. Aus aktueller Sicht ein tieferes Hoch, aber zum Allzeithoch. Also wir sehen jetzt hier das dritte potenziell fallende Hoch in Folge. Und deswegen braucht es hier unbedingt auch diesen Abwärtstrend im Chart bei Microsoft. Den muss sie brechen. Da brauchen wir hier 8 Stunden Schlusskurse drüber. Und das ist dann für mich der Trigger, dass wir bei Microsoft eben auch das Target wirklich callen können von 450 bis 459 US-Dollar. Und das würde dann so einer Marktkorrektur auch so ein bisschen widersprechen aktuell. Im Moment muss man ganz klar dazu sagen, das war jetzt hier vor allen Dingen gestern ein schöner Impuls 2%. Deswegen haben wir sie auch direkt heute im Video mit dabei. Und am Sonntag hatten wir sie ohnehin im Big Tech Update. Da sind wir über diese drei steigenden Tiefs. Da haben wir über diese drei steigenden Tiefs gesprochen. Wenn sich das hier fortsetzt, dann kann das ein Three Rising Values werden. Hier oben wäre dann ein Zwischenziel mit einem Pullback. Und dann weiter aufzusteigen in Richtung Zielzone 500 bis 520 US-Dollar bei Microsoft. Das kann hier der Beginn sein von deutlich mehr Upside. Das möchte ich ganz klar dazu sagen. Dafür muss zwingend allerdings diese Struktur der steigenden Tiefs intakt bleiben. Auch hier unsere Zielzone. Wir hatten das in den letzten Wochen absolut perfekt auf dem Schirm. Hier dieser Dip aufs 61er Fibo des letzten Anstiegs. Dann hier der Breakout aus der Zielzone. Jetzt der Breakout zurück über die 425. Das sieht gut aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wir müssen hier ganz klar darauf achten, dass wir noch nicht den Breakout sehen. Vor allen Dingen auch noch nicht den Breakout aus diesem Zwischenhoch. Das sind die 435 bis 438. Wenn wir uns hier drüber arbeiten können, dann Zielzone 450 bis 460. Und zur Downside, wenn sie nochmal dippen möchte, hier läuft, wir wissen, die 200-Tage-Linie. Da hat eine Microsoft ohnehin nichts drunter verloren. Vor allen Dingen, weil hier auch 20 und 50-Tage-Linie im direkten Umfeld der 200-Tage-Linie sind. Ein Pullback auf die 420 wäre erlaubt. Aber ich möchte hier nicht mehr drunter schließen. Keine Tagesschlusskurse mehr unter der 200-Tage-Linie. Davon hat man jetzt genug. Das muss die Akkumulation gewesen sein, um dann letzten Endes wieder über 425 auszubrechen. Und vor allen Dingen aus dem Abwärtstrend. Und dann sieht es gut aus für Microsoft eben in Richtung deutlich höherer Targets. Und das wäre natürlich auch für den Gesamtmarkt ein stabiles Signal. Keine Frage, die Earnings von Microsoft, die sind am 30. Oktober. Und kritisch, das kann man aus aktueller Sicht auch ganz klar dazu sagen, für Microsoft sind ab sofort Kurse unter 415 US-Dollar. Kommt zu McDonalds. Aktuelle Marktkapitalisierung. 216 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 8,4. Ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 26. Bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 23. Eine erwartete Dividendenrendite von 2,2 Prozent. Bei einer Shortquote von 1,4 Prozent. Bei McDonalds schauen wir zuerst mal auf die aktuelle Newslage. Und da haben sich die Meldungen gestern plötzlich überschlagen. In 10 Bundesstaaten wurden insgesamt ca. 49 Fälle von Kolibakterien bekannt. Und das bringt man hier. Und da jede Analyse aus dem Video auch sofort im Anschluss im Discord für die Mitglieder gepostet wird, mit einem Verweis natürlich aufs neueste YouTube-Video, ist das auch bestens dokumentiert. Es war der 15.8. 2024. Und zu dem Zeitpunkt war McDonalds gerade so am Kämpfen mit der 200-Tage-Linie. Zu dem Zeitpunkt waren wir hier gerade am Bau dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir haben im Video über die Projektion gesprochen, dass wenn vor allen Dingen dieser Trendkanal hier zurückerobert werden kann, dass das äußerst bullish ist für McDonalds. Vor allen Dingen, wenn wir wirklich aus diesem Abwärtstrend ausbrechen können und vor allen Dingen diese horizontale Widerstandszone brechen können, die wir hier auch im Bild sehen, dann ist das sehr, sehr bullish. Und ich habe übergeordnet, dann auch durchaus über Allzeithochs gesprochen. Die Zielzone, die hatten wir auch bereits im Chart im Bereich zwischen 319 und 339 US-Dollar. Vor allen Dingen beginnend natürlich wie immer am 127er Extension. Und wie sich die Aktie jetzt entwickelt hat seit dieser Analyse, das schauen wir uns jetzt in der aktuellen Analyse an. Und da lagen wir nicht so schlecht mit der Analyse, denn nicht nur konnte McDonalds aus dem horizontalen Level ausbrechen und damit diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktivieren. Sie hat sich auch wirklich beinahe beispiellos ausgespielt. Vom Kopf an die Nackenlinie angerechnet, aus dem Breakout nach oben angesetzt als Ziel. Dann sind wir hier genau im Bereich der 312. Das hat sogar nicht mal ganz gereicht, sondern wir haben uns genau kurz vor diesem Flash-Crash jetzt des 127er Extension noch abgeholt. Das war hier oben der Bereich um die 319. Das Allzeithoch bei McDonalds sind die 318. Und genau hier, als dieses Ziel erreicht war, stürzt die Aktie jetzt von der Klippe, auch begleitet eben jetzt von diesen aktuellen News. Ich muss wirklich sagen, da waren wir wirklich sehr, sehr gut mit dabei. Und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal nochmal aus Sicht des Trendkanals an, schauen uns an, dass McDonalds den zurückerobert hat, dass das eben der Trigger war, dass die Aktie wieder große Stärke zeigen konnte. Wir müssen jetzt aber natürlich einen Schritt weiter denken und in die aktuelle Chartanalyse reingehen und vor allen Dingen jetzt das Ganze mal überprüfen. Sehen wir hier einen Nachkaufzeitpunkt. Zuerst allerdings zeichnen wir uns hier noch die Zielzone ein, weil die bleibt natürlich intakt. Vor allen Dingen haben wir hier noch weitere Targets auf dem Schirm für McDonalds. Keine Frage, die Projektion können wir rausnehmen. Die hat sich sehr, sehr gut ausgespielt. Und was wir jetzt natürlich brauchen ist für diese Strecke, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben mit McDonalds. Das neue Fibonacci und vor allen Dingen die neue Zielzone bei der Aktie. Und wie so oft bei einer Dow-Aktie sehen wir das 50er Retracement mit einer ganz starken Reaktion. Die stürzt hier hier von der Klippe, preist in diesem Flash Crash die Hälfte dieser Rallye aus und wird brutal gekauft. Man muss das wirklich mal sich genau anschauen. Das ist ein wahnsinnig starker Dipkauf, den wir hier sehen bei McDonalds. Und zwar vom Tief von 282 US-Dollar ein Dipkauf um etwa 6,5%. Das ist wirklich bemerkenswert. Und das ist hier auch durchaus ein Indiz dafür, dass wahr wichtiger Support, der gekauft wird. Und die letzte 8-Stunden-Kerze hat jetzt hier das Top von dieser Range gekauft. Also im Prinzip haben wir nur, was zuletzt Widerstand war, dieser Bereich als Support angetestet. Auch auf der linken Seite war das schon mal eine ganz wichtige Widerstandszone. Und da sind wir jetzt eben eingetaucht und haben, wenn man so möchte, dieses alte Doppeltop jetzt gegebenenfalls sogar mit McDonalds als Support bestätigt. Also ich schließe absolut nicht aus, dass der Boden jetzt hier bereits drin ist bei McDonalds. Wenn wir uns gerade nochmal diesen Flash Crash abmessen, um zu sehen, wo wir jetzt gerade Widerstand bekommen, dann ist das auch bezeichneter. Wir sind jetzt genau, wenn der Crash des 50er der Rallye abgeholt hat, so holt der Bounce, wenn man so möchte, jetzt des 50er des Crashs ab. Das ist nämlich hier genau der Bereich um die 300 US-Dollar. Das ist jetzt hier nochmal ein ganz wichtiger Bereich, auch zusammen hier mit diesem horizontalen Widerstands-Level bei 305, was dann nichts anderes ist, als das 61er Fibonacci. Also diese Levels müssen wir jetzt auch noch im Chart mal drin lassen, um uns genau anzuschauen. Ist das hier wirklich, wird das ein brutales V? Oder zeigt uns der Markt hier unten mal an? Naja, komm, lass mal hier diese Newslage. Was schauen wir denn hier? Durchaus eine Aktie im Aufwärtstrend, schöner Rücksetzer. Das kaufen wir jetzt mal, aber mal schauen, ob wir da nochmal zurückkommen wollen. Die erste Rallye glaubt er nicht, kommt nochmal zurück. Das wäre ein sehr, sehr schönes Pattern jetzt bei McDonalds. Sowas ähnliches hatten wir auch mal bei Palo Alto, wenn ihr euch erinnert. Da gab es auch diesen Flash Crash, dann eine unglaublich schnelle Rallye und dann kamen sie nochmal zurück und das war dann wirklich ein mittel- bis langfristig hervorragender Kaufzeitpunkt. Ich beobachte es jetzt genau. Für mich ist es so ein bisschen jetzt auch ein Fall für die 3-Tage-Regel. Wenn die nochmal ausblutet in den Bereich um die 290 bis 280, wäre es extrem spannend. Und wenn es nochmal neue Tiefs geben sollte, wenn das so eine Art ABC-Korrektur werden sollte, dann halte ich den Bereich um die 269 bis 270 US-Dollar für einen spannenden, spannenden Kaufzeitpunkt. Das wäre dann hier auch die Bestätigung und das Backtest von diesem Trendkanal. So oder so, ich gehe hier auch mit der Meinung von JP Morgan, dass das durchaus eine Kaufgelegenheit sein dürfte. Dieser Flash Crash ganz frisch jetzt reinspringen, das ist natürlich jetzt schwierig, nachdem sie so stark jetzt bereits gebounced ist. Wenn sie jetzt davonläuft, dann muss man sie vermutlich fast laufen lassen, aber wenn sie nochmal ausbluten sollte und vor allen Dingen, falls sie unter die 295 fällt und dann hier in diesem Bereich uns wirklich so einen schönen Doppelboden anbieten sollte, dann halte ich es für einen sehr, sehr interessanten Kaufbereich bei McDonalds und richtig kurzfristig auch bullish, weil wir natürlich auch aus Sicht dieses Rücksetzers eine neue Zielzone nach oben bekommen. Die sehen wir dann hier. Ist sie, sobald sie über die 305 ausbricht, dann wie immer das 88er-Fib beobachten. Das wäre dann hier gleichbedeutend mit einem Backtest der Allzeithochs und über den 314 sehen wir dann die Zielzone und die ist interessant. Das ist nämlich dann von der großen Zielzone gleichzeitig. Das Top wäre dann das 161er des Crashs und auch der großen Zielzone. Da redet man dann sogar über ein Target von 333 bis potenziell 340 US-Dollar bei McDonalds. Wir kommen zu Enphase Energy. Aktuelle Marktkapitalisierung 10,8 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 8,6, ein derzeitiger Jahresgewinn von 60 Millionen US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 19 und einer aktuellen Shortquote von knapp 11%. Bei Enphase Energy können wir direkt anknüpfen ans Video vom 10. Oktober. Das war ein Solar-Video, da hatten wir unter anderem auch Enphase mit dabei. Der Konsens in dem Video war insgesamt vor allen Dingen für 2025 spannender Sektor, aber kurzfristig durchaus noch mit mehr Abwärtspotenzial. Enphase hat seitdem knapp ein Viertel an Marktwert verloren, minus 25%. Wir hatten bei Enphase auch wichtige Levels auf dem Schirm und sind vor allen Dingen auf eine Zielzone eingegangen, in die Enphase noch sehr, sehr gerne dippen kann. Die Earnings, die den Markt durchaus schwach überrascht haben gestern, die haben jetzt hier noch ihr Nötiges dazu beigetragen, dass die Aktie wirklich ordentlich nach unten gedrückt wurde. Insgesamt muss man ja auch sagen, der Solarsektor generell eher ein schwach bis extrem schwach performender Sektor aktuell. Und jetzt rein in die Analyse zu Enphase. Die horizontalen Levels, vor allen Dingen hatten wir hier die 93 US-Dollar auf dem Schirm bei Enphase. Das war hier dieser wichtige Support und wir haben darüber gesprochen, drunter ist nichts außer senkrecht drunter, zumindest mal in dem Bereich der alten Widerstände. Das ist hier der August 2020 und wenn wir das brechen sollten, dann sogar noch mehr Downside. Deswegen haben wir uns die untere Zielzone eingezeichnet. Die ist zum aktuellen Zahlpunkt, allerdings muss man sagen, noch nicht gebraucht hat. Ob es das noch braucht, ist die Frage. Denn Enphase Energy kommt jetzt hier in der Zone, die wir uns eingezeichnet hatten in dem Video an und hat sie auch wirklich bereits voll ausgeschöpft und wir sehen jetzt Kaufinteresse. Wir sehen bei Enphase Energy jetzt einen Dip-Kauf um etwa 7%. Das ist hier nichts anderes als die 78er und 88er Retracement-Zone zu den Tiefs im November 23. Also wenn man so möchte, das letzte Handelsjahr einfach jetzt mal hier vollständig ausgepreist, um hier wieder anzukommen und der Markt muss sich jetzt eben entscheiden. War das hier ein großes, die erste Rallye? Glaubt er nicht? Kommt nochmal zurück? Oder war das hier eine Art Wike-Off-Distribution? Weil das sieht schon echt brutal gefährlich aus, muss man sagen, am Top mit diesen Hochs, mit dem höchsten Hoch, mit dem weiteren Versuch und jetzt der Markdown. Das ist extrem, das ist brutal. Wir sehen jetzt aber auch die Konsequenz. Enphase Energy hat hier so richtig auf den Deckel bekommen. Hier waren wir am 10. Oktober noch bei etwa 100 US-Dollar. Wir sind jetzt mit dem aktuellen Kurs 22% drunter. Am Tiefhands 26%. Der 8-Stunden-RSI steht bei 17. Der Tages-RSI steht bei 22. Der Wochen-RSI steht bei 35. Wenn es einen Punkt gibt, die Aktie für den Markt hier aufzusammeln. Wenn es einen Punkt gibt, Enphase vor einem größeren Crash zu bewahren, dann ist es jetzt und hier, das muss man ganz klar dazu sagen, dann ist es der Bereich zwischen 74 und 79 US-Dollar. Das sollte wirklich besser gekauft werden. Das Tief aus dem November letzten Jahres war bei 71 US-Dollar, aber zu dem Zahlpunkt brechen wir bereits hier meiner Meinung nach Support. Zu dem Zahlpunkt ist dann bereits Primärszenario, dass zwar ein Bounce durchaus in den Karten ist, aber dann auch mehr Downside definitiv hier auf dem Schirm zu behalten ist. Also interessant wäre schon, wenn das jetzt hier gekauft wird, ja dann gib ihm den Dip auf die 71 Dollar. Wenn es denn sein muss, dann hol dir dieses Tief ab von 23, fisch vielleicht die 70 Dollar, aber einen aggressiven Kauf braucht man dann. Ein aggressives Reversal übergeordnet nur gut über 75 US-Dollar. Die Aussage, die lasse ich auch so stehen, egal ob es 5 bis 8% drunter kollabieren möchte. Das muss dann aggressiv und hart gekauft werden. Und wer hier Solar auf dem Schirm hat, wer Enphase vor allen Dingen auf dem Schirm hat, ja dann packt euch die ganz, ganz, ganz weit oben auf eure Watchlist. Unbedingt für mich so ein Fall für die 3-Tage-Regel. Das sage ich auch ganz klar dazu. Man muss jetzt nicht unbedingt zwingend ins fallende Messer reingreifen, aber man sollte diesen Bereich hier schon definitiv beobachten. Denn wer für Solar und egal, wer die Wahl gewinnen wird, Harris oder Trump, beide haben sich positiv zu Solar geäußert. Wer die Wahl gewinnen wird, Solar dürfte ein bisschen im Fokus stehen. Gegebenenfalls auch profitieren von lockerer Geldpolitik. Natürlich auch irgendwo interessant werden durch den extrem starken Energiehunger der großen Rechenzentren. Und das ist schon für mich so ein bisschen dieser perfekte Sturmpotenzial 2025 für ein bulisches Solar-Aktienjahr. Ob wir hier oben noch eine Deep Crab haben, die wir gerade abschließen. Ja, auch darüber können wir sprechen. X zum A, 88, 83er Fibo. Jetzt nehmen wir so eine aggressive Welle zur Downsend. Was holen wir hier gerade ab? Das ist auch perfekt. Das ist hier absolut perfekt. Wir sind absolut auf dem 141er jetzt angekommen. Das wäre das Target von so einem Zwitter aus einem Butterfly und einem Deep Crab. Dann holt ihr noch das 150er oder im Extremfall sogar das 161er. Und dann sprechen wir hier genau von diesen 72, 71 Dollar. Das ist ein weiteres Argument dafür, dass in diesem Bereich zwischen den 79 und den 71 US-Dollar Enphase dann sogar die Chance hat nach diesem harten Crash. Weil man kann ja hier auch Folgendes draus machen. Naja, was haben wir denn im Endeffekt gesehen? Brutaler Crash. Die erste Rallye glaubt er nicht. Kommt nochmal zurück. Doppelboden für den großen Turnaround. Meinetwegen sehr, sehr gerne. Und deswegen beobachten wir mal jetzt den Bereich zwischen 71 und 79 bei Enphase. Ganz genau. Das hat hier die Chance, der Boden zu werden. Man muss aber auch ganz klar sagen, alles andere wäre völlig abstrakt und völlig auch neben der Realität. Wenn das bricht, dann sehen wir deutlich mehr Downside. Und wenn das bricht, dann habe ich eine Zielzone bei Enphase. Weil dann ist hier absolut nichts zur Downside zwischen 51 und potenziell sogar 27 US-Dollar. Und wir wissen, wie krass Solar von der Klippe stürzen kann. Aber dieser Bereich, in dem wir jetzt ankommen, der hat das Zeug dafür, für der hat das Zeug dazu, für Enphase ein wichtiger Support zu werden. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.